Die ein oder andere Reise kann schon mal länger dauern, als man zunächst annimmt. Für diesen Fall benötigt man natürlich die unterschiedlichsten Dinge und natürlich einen Koffer, in den alles reinpasst. So wie diesen Paldea Abenteuer Koffer, in den wir heute einmal einen Blick reinwerfen. Ja und wie ihr gleich sehen werdet, ist der Koffer ein bisschen größer, als mein Platz, das hier zulässt. Deswegen schauen wir uns diesen Paldea Abenteuer Koffer nochmal ganz kurz aus der Ferne an. Denn ich finde, das ist tatsächlich mal eine ganz coole Idee. Muss dann natürlich auch noch der Inhalt passen, aber ich denke mal, der wird uns glaube ich ein bisschen... Also das ist auf jeden Fall mal ein bisschen was Neues, was hier drin ist. Und zwar Frühlingsüberraschungen mit Pokémon-Freunden. Eine Welt der Abenteuer wartet Pokémon-Trainer in der Paldea-Region. Rüste dich für den Kampf mit der großen Handvoll spielbereiter Promokarten von niedlichen, aber dennoch angriffslustigen Pokémon. Ja, wir haben hier auf jeden Fall sieben Promokarten drin. Ein Buch, also wir haben Sticker, wir haben Kartenalbum und auf das Goodie, worauf ich am meisten gespannt bin, ist dieses Knautsch Pikachu. Denn sowas hatten wir bisher noch gar nicht. Dann haben wir natürlich noch sechs Booster-Packs, die wir heute einmal öffnen. Ich muss nur mal kurz gucken, wie ich das hier am cleversten für euch mache, damit ihr das natürlich hier auch alles seht. Und okay, er lässt sich schon mal nur so aufklappen, also noch nicht komplett aufdrehen. Okay, Leute, ihr seht es, hier haben wir einmal die ganzen Sachen drin. Das ist natürlich echt cool gemacht. Und ja, jetzt muss ich mal gucken, dass ich auch nichts von dem verpasse, was wir hier drin haben. So, wir haben auf jeden Fall die Deckbox, wir haben hier das Karten. Dann haben wir das coole Knautsch Pikachu. Okay, das gucken wir uns gleich auch nochmal an. Das können wir hier natürlich rausnehmen. Und irgendwie vermisse ich... Ah, ne, die Booster sind glaube ich dann hier vorne drin, ne? Ja, okay, 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 okay. Es hat natürlich alles hier seinen Sinn und Zweck. Ich sehe schon mal Paradox Drift, das ist schon mal ganz gut. Weil da hatte ich so ein bisschen Angst, dass wir hier wieder so ein paar oldische Erweiterungen drin haben. So, dann können wir das Ganze hier natürlich wieder zuklappen. Und haben wieder unseren geschlossenen Koffer. Okay, das ist sehr smart gelöst. Und ich muss sagen, wie gesagt, er fässt sich auch genauso an wie so ein originaler Koffer. Sehr, sehr cool. Ja, definitiv etwas, was man aufheben kann. Wie gesagt, Preis, Leistung für um die 60 Euro rum, je nachdem, wo man ihn sich natürlich holt. Ja, sechs Booster kann man natürlich sich ausrechnen. Wenn man jetzt nur auf die Booster achtet, lohnt es sich natürlich nicht allzu crazy. Aber wie gesagt, das ist natürlich immer etwas, was man sehr schön verschenken kann. Oder auch, was man sich tatsächlich auch mal gönnen kann, ohne jetzt einfach mal stumpf auf die Booster zu achten. So, hier waren dann einmal die Promo-Karten drin. Ja, hier haben wir die leere, nee, gar nicht mal so leere Deckbox. Hier sind auf jeden Fall noch die anderen Promo-Karten drin. Okay, das Pikachu. Okay, Leute, die Promo-Karten gucken wir uns natürlich gleich nochmal separat an. Hier haben wir nochmal das Mini-Karten-Album. Und diese sechs Booster-Packs. Wir haben Paradox-Rift-Entwicklung in Paldea, Obsidian, Flammen, Astral-Glanz und strahlende Sterne. Ist eine lustige Mixtur. Ich bin gespannt, inwiefern, ähm, ja, was da dann noch so drin ist. Und wir haben das Knautsch-Pikacho, Leute. Oh mein Gott, okay, das ist wirklich, ja, ein Pikachu zum Knautschen, zum Stressabbau. Falls wir hier in diesen Packs heute mal nichts drin haben werden, dann werde ich doch heute nochmal so ein bisschen drauf rumknautschen. Okay, ähm, wir haben Parmo-Mamo-Ex. Das ist eine, ja, Obsidian-Flammen-Karte, die kennen wir bereits. Dann haben wir auf jeden Fall das Famibs-Ex. Das kennen wir auch aus Paradox-Rift. Und wir haben das Filori-Ex. Das ist tatsächlich eine Promo-Karte, äh, die sich auch so nennen darf. Denn diese Karte ist nur hier drin, soweit ich weiß. Also zumindest kenne ich noch keine Filori-Ex-Karte. Äh, es ist auch, glaube ich, der einzige Starter, der eine eigene Ex-Karte bekommen hat. Ähm, mit Zauberblatt, 100 Damage und 30 Schadenspunkte heilen. Ja, ist jetzt auch nicht die spielstärkste Karte, um, äh, ehrlich zu sein. Aber hey, wir nehmen die drei auf jeden Fall schon mal mit. Und hier drin haben wir dann noch die anderen drei. Ah, tut mir ein bisschen weh, die jetzt aufzumachen. Aber, Leute, ähm, für das Video und für euch, damit wir natürlich alle sehen, was hier noch so drin steckt. Und zwar haben wir ein Sweeps in Holo. Dann haben wir noch ein Parmo in Holo. Und wir haben noch das Parmamo in Holo. Also genau die Vorentwicklung, die wir natürlich noch, ähm, brauchen für die anderen Promokarten hier. Und, äh, diese Pikachu-Karte ist natürlich auch eine Unique-Karte, die wir nur hier drin haben. Denn wir haben hier Famieps, wir haben Filori und Parmo Mamo samt Pikachu noch mal hier drauf. Aber um die natürlich irgendwie zu sammeln, muss man die, die Original-Verpackung natürlich öffnen. So, und apropos öffnen, ich hab, äh, die restlichen Promokarten mal von ihrem alten Plastik befreit. Und hab sie in neues Plastik gesteckt. Ähm, so. Und wir gehen natürlich jetzt in das Booster-Öffnen rein. Aber nebenbei noch mal ganz kurz die Frage, ich drehe mal um, wir machen mal jetzt die Reihenfolge von hinten, strahlende Sterne. Ähm, da wir heute so ein bisschen aufs Reisen aus sind, Leute, ne, es sind, es ist, der Frühling nähert sich, das gute Wetter nähert sich. Wir können natürlich mal so den einen oder anderen Ausflug machen. Deswegen möchte ich heute einfach mal von euch wissen, ähm, welche Karte wir hier gerade suchen. Ähm, ja, die Karte blende ich euch einmal ein, nur den Namen nicht. Ich möchte von euch eigentlich nur den Namen hören, wie diese Karte, ähm, heißt. Ja, ist ein kleines Fortbewegungsmittel, vielleicht kennt ihr das aus dem Spiel oder dem Anime. Ähm, oder der Karte, Leute. So, wir gehen hier auf jeden Fall jetzt einmal rein in dieses, äh, strahlende Sterne-Package. Okay, welches natürlich mal wieder nicht so crazy am Start ist. Dann haben wir als nächstes Entwicklungen in Paldea. Boah, ich sehe gerade, wir haben auf jeden Fall schon viel Zeit damit verbracht, die Box an sich schon einmal zu betrachten und den Koffer. Ey, aber Leute, ich glaube, in diesem Koffer geht es hier relativ wenig um die Booster, sondern mehr um das ganze, ähm, andere. Ja, ich muss sagen, ich finde solche Boxen immer mal wieder ganz cool. Die, ähm... Oh, okay, wir haben Despotar! Illustration Rare! Oh mein Gott, ich glaube, das ist die... Mit einer der stärksten Illustration Rares aus dem gesamten Set. Uff! Okay, Despotar mit Verheerung und Berg des Grauens. Und den ganzen Staraptor hier oben noch. Es ist so eine geile, geile Karte, ne? Okay, und dazu, wie gesagt, noch eine super, äh, heftige Karte. Okay, das ist schon mal ne... Ein sehr cooler Hit, den wir hier direkt am Anfang einsacken. Ja, Leute, wie gesagt, ähm... Könnt mich gerne wissen lassen, wie ihr solche Boxen hier findet, die... Ja, nicht darauf abzielen. Ich sag jetzt... Okay, ne, es ist Kapu-Set. Ähm, jetzt irgendwie Gewinn oder so zu machen. Aber es ist einfach, ähm, schön, sowas mal zu öffnen. Und einfach mal zu betrachten. So, wir haben hier Paradox Rift mit Gorgler! Und wir haben hier die Schirmdame! Als, ähm, Special Illustration Rare. Oh mein Gott, das ist ne super schöne Fullart-Karte, ne? Alter! Okay, das Regenwetter... Na, sagen wir mal, äh, eigentlich... Wollten wir uns von dem Regenwetter jetzt mittlerweile verabschieden. Wir gehen Richtung, äh, Frühling und hoffen natürlich, dass das Wetter nicht mehr so... So aussieht. Aber mit dem Regenbogen und diesem, ähm... Ja, funkelnden Regentropfen hier sieht die Karte echt super schön aus, ne? Haben wir natürlich bisher noch nicht gezogen, leider. Deswegen, darüber freue ich mich. Dann wir Astralglanz. Ja, also... Leute, ich bin ehrlich, ähm, als ich die Box heute, oder als ich die Box gesehen habe und mir geholt habe, ähm... War ich jetzt wirklich nicht so, äh, darauf aus, hier was Krasses draus zu ziehen. Sondern hatte einfach nur Bock, äh, oder war gespannt. Gerade, wie gesagt, auf jeden Fall auf das Knautsch-Pikachu, weil sowas finde ich tatsächlich mal echt lustig. Und, ähm... Ja, einfach nur mal gespannt darauf zu sein. Oh mein Gott! Okay, aber so langsam, äh, äh, glaube ich, dass die Booster uns dafür hier richtig gönnen heute. Der Schneegipfelpfad in Gold! Okay, das ist eine mega spielstarke Karte. Ich weiß es nicht, ob sie mittlerweile rausrotiert, ähm, von den spielbaren Karten. Aber egal, äh, super spielstarke und super schöne Karte auch noch. Also Schirmdame mit dem Regenwetter und dann ziehen wir noch den Schneegipfelpfad. Also ist, äh, alles andere als, als, äh, Aussichten auf den Frühling. Aber na gut. Alderschwede, also was die Hits angeht, heute super strong, ne? Das sind alles keine, ähm, schlechten Karten, die wir hier ziehen. So, wir haben auf jeden Fall Pepper. Dann haben wir Flunschlik einmal Lumi Sprosse. Und wir haben das wohl, Nona! Ach du Scheiße! Oh mein Gott, Leute, lasst jetzt schon mal einen fetten Daumen nach oben für diese Hits da. Ey, das ist auch eine super, super starke Karte, die ich tatsächlich noch nicht gezogen habe. Oh mein Gott, mir wird gerade so warm. Alter Schwede. Okay, ähm, wo Nona auch eine super schöne Karte sieht. Ähm, sehr mysteriös aus, wie es da in dem Wald mit, ähm, neuen Schwänzen rumwackelt. Ja, hört sich jetzt, äh, komischer an, als es sollte. Sorry dafür. Alter, ich bin gerade nur ein bisschen, äh, ein bisschen überwältigt von den, von den Hits, die wir gerade rausziehen. Okay, wir gehen in das letzte Pack, äh, Paradox Drift rein. Uff, also der Koffer hat gerade, also besser gegönnt in den Hits, als ich es erwartet habe. Wie gesagt, ich war nicht so darauf gefasst, was hier in den Packs drin ist, sondern was hier in diesem Koffer, äh, eher drin schlummert. Und wir haben, wie gesagt, nebst der Promokarten ja auch noch, ähm, jede Menge anderer Goodies gehabt. Und Leute, ich muss heute tatsächlich nicht so auf diesem Knautsch Pikachu meinen, meinen Stress ablassen. Ähm, Alter, okay. Also ich glaube, für diese beiden Promokarten, die anderen Karten kennen wir tatsächlich schon. Und für diese vier Hits alleine hat es sich dann schon gelohnt. Und Leute, ich kann euch jetzt nur noch die Auflösung der heutigen Frage geben. Und zwar war es die Plasma-Fregatte, die ihr hier auf der Karte gesehen habt. Ähm, ja, wie gesagt, kennt ihr, könntet ihr schon aus den Spielen kennen die Plasma-Fregatte. Ähm, hieß dort genauso. Ich segle jetzt nicht davon. Ich freue mich nochmal ein bisschen an den Hits, die wir heute dabei hatten. Und wünsche euch noch einen, äh, angenehmen Tag. Bis zum nächsten Mal, haut rein und vielen Dank fürs Einschalten. Ciao.